herzlich willkommen zu ellenring unsichtbare form macht den zaubernden nahezu unsichtbar zu ross erstreckt sich dieser effekt auch auf euer pferd diese zauberei kann in bewegung gewirkt werden na ja ich habe schon mal ausprobiert so jetzt bin ich jetzt hier gehen man die hocke gehen wir an dem vorbei ja von wegen weiß ja nicht ob das jetzt gewollt ist und schon bin ich wieder sichtbar ja nahezu unsichtbar irgendwas hat er jetzt mitgekriegt und schnell weg hier ja da habe ich jetzt keinen bock drauf so richtig funktionieren wie ich mir das jedenfalls vorgestellt habe ist einfach nicht drin ok jetzt muss ich nur noch sagen wo finde ich sowas ja ich befinde mich jetzt hier baum der pracht und möchte hier hin zum trügerischen turm ich zeig jetzt mal noch mal im großen ja alles klar gut man die vorbei muss nicht sein dass man sich hier rum erört mit denen so hier gibt es wieder ein schickes rätsel brühe drei phantom wappen oder mal los gut dann gehen wir hier hoch bisschen dunkel dann hier hoch das rätsel werde ich für euch allerdings nicht lösen ja übliche nur hier oben alles schick ja und dann sollte der hier drin den zauberspruch finden und ich bedanke mich bei euch falls ihr überhaupt zugeschaut habt